Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retrograde Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abonnenten, ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Komm hier Kingscone, das hatten wir noch nicht. Wir sind uns einig. Wer behält die Krone? Wer ist der Superkönig? Wird Kai es heute schaffen, sich nicht selbst umzubringen? Wahrscheinlich nicht. Get the Krone! Nein, geh weg davon! Nein! Geht weg! Nein, Kai hat sie! Ah, man muss die 20 Sekunden behalten! Bringt ihn um! Stürzt den König! Wir haben den König gestürzt, ja! Tschüss! Ich hab den Plan! So, ich hab meine sichere Ecke. Ja, ich gewinne! Ich gewinne! In dem Spiel bin ich irgendwie voll der Kick. Verstanden, weil ich die Krone hatte! Ja, das war mir schon klar. Kai, weh, sie Krone. Komm, den holen wir uns! Wenn er sich gerade selber mit dem Sniper in die Wand donnert. Ich würde heute mein anderer außer mir gewinnen. Ich glaube, man kann hier nicht wirklich endgültig sterben. In dem Modus. Ja, ich hab den noch umgebracht. Die Frage ist, behält man die Zahl? Wahrscheinlich. Oh, das Ding steht so nah. Oh, danke. Danke, Sunny. Boah, ich hab mich gerade so noch retten können. Accurator! Sind gerade unsere beiden Accurator gegeneinander geflogen. Ja, die prallen halt am... Nee, meiner fliegt noch. Ich hab deinen halt abbekommen. Ja, meiner wurde von irgendeinem getroffen. Von sich von irgendeinem getroffen. Warum schießt du auf mich? Weil ich... Scheiße. Er hat die Krone. Ja, ich bin tot. Lass sie nicht gewinnen. Ich versuche, damit der Schwungbüte nicht so einfach. Er darf keinen Punkt haben. Er muss der Loser bleiben. Ich hab mich noch selbst umgebracht. Im letzten Moment. Ja. Applaus. Nein! Das war wert. Er hat die Krone weggeflogen. Einfach den Accurator irgendwo hinschießen, wo kein Mensch ist, ne? Sniper! Hab ich getroffen? Nein! Verdammte Wand! Ich hab die Krone nicht. Komm! Ja! Komm schon! Ach, komm schon! Hau da ab! Wart mal, kann man sie durch Berührung klauen? Anscheinend. Ah, jetzt verstehe ich ja nicht, was der Imploader macht. Ähm... Explodiert. Ne, der explodiert nicht. Der zieht... Die Explosion zieht einen an. Macht Sinn. Das ist ein Imploader. Du wirst... Du wirst in die Explosion reingezogen. Ach, komm schon! Hau da ab vor mir! Lass den König in Ruhe! Ich muss mein Volk regieren! Ne... Nein! Was denn der? So, äh... Was heißt das jetzt? Wenn wir sterben, sind wir am Ende. Ach gut, dann bringen wir eben Sunny um. Oder der Counter... Oder der Counter. Leute, ich muss mal kurz weg, bei mir klopft es an der Tür. Ne! Nehmen wir... Nein! Nehmen wir ja denjenigen, weil wir noch eben scheidig. Oh, ich bin wieder da. Mein Vater hat sich nur über... Äh... Meine Hunde beschwert. Ich hatte sie immer kurz rausgelassen. Vor 20 Minuten. Und der will mir erzählen, ich hab... Sie wären eine Stunde an Bällen gewesen. In der letzten Sekunde geworden, bevor ich in die Wand gekraft bin. Also ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit gerade passiert ist. Wir haben dich außerdem mal gequält. Oh, wie lange braucht denn dieser Imploader zum Aufladen? Zu lange. Ey! Also Storytime, mein Vater ist Narsch, weil... Ja, ich war einmal so nett, meine Hunde rauszulassen. 20 Minuten und er mault mich an, dass sie noch stundenlang am rumkläffen wären. Die waren den ganzen Tag nur drin. Ich wollte einmal nett zu den Hunden sein. Er hat die Krone. Nein, hat er nicht. Das hat keiner mitbekommen von euch, oder? Doch. So, der rechtmäßige König hat er sich ohne. Das heißt ja, der rechtmäßige König, den stürzen wir sofort. Verdammt! Ich bin in die Wand geflogen. Oh, ich spawnen. Perfekt. Ja, er hat sich selbst umgebracht. Wann hat Kai die Führung übernommen? Dann wären wir weg. Wo du nicht da warst. Nein! Äh, okay. Den Drift schaffe ich nicht. Warum zieht man nach unten? Ich habe nach oben geengt. Aber okay. Ich schaffe keinen Drift. Zandef mal wieder. Einfach nur nicht sterben. Nein! So, ich... Ich gönne mir dann mal so ganz langsam. Na, Leute? Hat ja auch gar nicht gedauert, die Krone jetzt auf den Kopf zu kriegen. Ich will nicht. Die steht da kacke. Ja, ist richtig. Shotgun! Bleibt einfach nur weg von mir. Ich habe gerade Kai mit mir verwechselt. Ich habe ein Schild. Geh weg! Warum fließt du auf mich? Ich nutze meinen Schild. Nein! Aber ich bin direkt bei der Krone wieder. Da habe ich die Krone trotzdem noch gewonnen, weil der eine Sekunde bevor die Zeit abgelaufen war. Nein! Sunny darf nicht gewinnen. Ich muss der unangefochte König bleiben. Er hat nur einen Sieg. Das finde ich... Ach so, könnte man den Mirror auch nützen, damit der Schuss zurückkommt. Er hat sich selbst getötet. Ich glaube, der Mirror beschleunigt den Schuss auch. Nein! Ja! Dabei hatte ich ihn sogar noch umgebracht. Das ist egal! Erstmal den Mirror. Erstmal Frottland. Ja! Er ist tot! Geh da weg, Kai! Geh da weg! Geh da weg! Bin ich ja! Nein, der Countdown bleibt nicht auf dem Noxland, wo er war. Also muss man dann direkt nochmal von vorne. Ja. Nein! Meins! 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 Ja! Das müssen wir verhindern! Ich bringe ich jedes Mal weg. Niemals! Boah, wie lange braucht das Scheißding zum Laden? Ich bringe mich jedes Mal mit dem Sniper selber auf, weil der Rückstoß mich wegpustert. Ich muss nur entkommen. Nein! Ach komm schon! Du hast sehr viel mehr gespielt als wir. Nein, ich habe tatsächlich nur das Totoro-Lyper gespielt. Wer habe ich auch nicht als ihr? Keine Pfoten weg! Nee. Huihi! Guck mal, warum ziehle ich auf den? Den anderen muss ich oben bringen. Nein! Hä? Ach, der ist Mirror, Leute. Ja, er hat sich selbst umgebracht. Der Mirror hat... Mein eigener Mirror-Schuss hat mich gekillt. Ich bleibe da mal hier unten, ne? Niek! Warum spart der direkt neben mir? Weil du nicht gewinnen darfst. Ich darf gewinnen und ich werde es! Ja! Nein! Dann war ich sogar eine Runde lang weg! Oh, ich habe außerdem meinen Avatar irgendwie ausgeschaltet. Hier, die Sniper! Hier, Sniper ist toll. Ja! Wir wollen halt snipen! Verdammt! Verdammt! Fast hätte ich ihn erwischt! Achso, ich habe vergessen. Gap bringt einen ja nicht um. Wodurch hast du denn jetzt so abgehoben? Nein! Ich stehe keinen Radar! Oh Gott. Warum biebt die Erde so? Weil ich... Was passiert? So, ich habe was ganz, ganz lustiges vor. Das funktioniert aber nicht, wenn ihr weiter da drin seid. Ihr seid langweilig! So, bieb ich so ab! Wie hast du den Sniper so in die Gange bekommen? Was ist? Ich glaube, ich kann den Controller beiseite legen und mit euch stattdessen legen. Wie hast du den Sniper so in die Gange bekommen? Ich war... Ich bin im Gange! Ich habe da einfach da reingesteuert! Die prallen unendlich bei den gelben ab! Aber ich habe hier geguckt! Bei den gelben prallen sie unendlich ab! Ja, was meinst du, wieso die Erde so gefehlt hat? Höhöhöhöhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ich will dich aber tot sehen ja ich habe den bürger bekommen und hat sich bemerkt das war jetzt lucky einfach den erklärte dahin schießen wo er nicht hinguckt ja meiner hat ihn von unten getroffen ich dachte das ist der meiner gewesen dachte ich auch hier ein punkt schenke ich euch warte warte bleib da okay tschüss ich schließe mich an aber du kriegst keinen punkt richtig du musst am ende noch am leben bleiben sonst kriegst du keinen punkt war das denselben plan ja ich dachte so nicht erklärt er da rein und feuer oh gott habt ihr gesehen was für drei das ding drauf hatte ihr müsst da mal erklärt da rein schießen in diese lücke ich habe ihn mit einem bodyslam umgebracht im sand warte mal perfekt nach unten schießen also als hat nicht du bist tot wenn du da rauskommst das weißt die ewige runde ich versuche gar nicht richtig reinzukommen warte ich muss ihn umbringen ja ich hab ein bodyslam gemacht nein ich werde sterben ich werde sterben ja komm dann zuverentscheidert welchen modus wir haben super sizer ich will meine erfolgserlebnisse auf der stelle ja bisher habe immer nur ich geworden wollte nicht auch mal gewinnen ich will mich selbst was oh gott alle auf sunny oh die barriere macht so ein viertel weg wenn du gegen die wand kommst oder vielleicht fünfte implode der hat mir den im plode aus der hand geballert weil er mich in so ein teil reingeschossen hat weg sniper tschüss ach kacke ich glaube ich habe mein spiel gefunden in dem ich der king bin wenn auch nicht mit absicht nein 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 kacke tschüss aua ach komm ich muss keinem Erfolgserlebnis gönnen eh 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 spiel ernst du da garnich okay dann mehr ich heute fertig macht das ah wenn man größer ist dann flieg ich mal auch weniger hält ich glaube du bist tot wenn du da raus kommst du bist tot wenn du da rauskommst most heißt du wieder trau dich doch tended trau dich komm trau dich das war knapp eh i katt Alter, der Schild von dem Großen, ne? Der ist ja unüberwindbar. Was schön ist, ich hab halt immer noch meinen Schild. Au, Alter. Könnt ihr mal ernst spielen? Ich versuch's. Ich werd hier schon voll über... Wart mal, wie viel macht der Imploader bei dem Teil? Das hätt ich jetzt wirklich gern gewusst. Wie stark der Imploader den Schild kaputt macht. Oh, ich hab mich ausversichtlich selbst umgebracht. Ja, der ist an deinem Schild direkt abgeprallt und hab mich dann in den roten Recken geballert. Aber es war noch ganz knapp, bevor ich sterben konnte. Oh, ich hab mich schon wieder selbst umgebracht. Ich hab das nur überlebt, weil ich mich mit Schilden um mich gefeuert hab. Okay, da fliegt irgendwo noch so ein Ploder über die Krater. Ja, so ganz langsam fliegt der da. Da kommt der Tod. Der wird schneller. Der wird schneller. Ja, aber auch nur ganz langsam. Ey, ich warte auf den Moment, wenn ein Imploader so schnell ist wie ein Acclerator. Da war der Imploader. Der Imploader hat mich getroffen. Sunny hat mal einen Punkt. So, Imploader. Kann einer den Imploader holen? Ich will wissen, wie viel Schaden der macht. Bei dem Teil. Warte, ich will mal damit drauf schießen. Der macht die Hälfte. Weißt du, der Imploader ist, glaube ich, wirklich von Kraft her die stärkste Waffe. Ui. Hau ab. Ich hab irgendwo einen Acclerator hingeschossen. Jetzt komm her. Nein. Da wolltest du mich rammen. Das hat auch funktioniert. Ja, du bist ein Genie. Du bist ein Genie, scheinlich. Sagt der sich bei dem Kai? Er hat sich selbst umgebracht. Ich will nicht. Ich brauch... Okay, ich brauch's doch nicht. Safe Elimination. Ich glaube, ich kann den Controller wirklich einfach beiseite legen. Ich sag das so oft und mach es nicht. Ey, ich hab mich geopfert, um das Ding zu öffnen, okay? Also, wenn alle Schüsse von der Shotgun treffen, ist sie auch stark. Und bei euch so, Leute? Ich versuche, am Leben zu bleiben. Stirb, Kai. Stirb. Kai, du schaffst es. Ich glaube an dich. Ja! Nein! Kai hat gewonnen! Meine eigene Sperrkanone? Ja! Du kannst halt jeden Schuss mit einem anderen zurückfeuern. Das ist so dumm. Arschloch! Ich wollte einfach nur das Ding von dir weghaben. Ich hab mein Spiel gefunden. Wie ist Kai? Ich hab wieder gestorben. Scheiße! Ich wollte mich nur abstoßen. Oh, scheiße. Ich hab mein Schilllosen sehen, weggereckt. Aber es hat trotzdem gereicht, ja! Ich bewege mich mehr bei dem Rückstoß von den Waffen, als ich mich ohnehin bewege. Endlich mal ein Shooter-Spiel, wo ich keinen Lundschabbel! Und das bringt mich immer um. Oh, die Sniper-Kids. Hilfe! Hilfe! Da kamen Mirrors einmal draus. Danke! Und du bist tot? Ich geh' einfach auf. Bringt mir selbst, wenn du meinst, dass ihr das tut. Ich hab' einen Accurator und ich hab' keine Angst, ihn einzusetzen! Du doch! Siehste? Ja, ich hab' mich selber getroffen. Warte mal. Das kann man doch sinnvoll mit der Sniper machen. Ja! Als ob ich so getroffen habe! Doink, 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 doink. Hilf mir! Ich weiß doch nicht wie, aber ich hab' dich irgendwie hier reingehauen. Ja, ich hatte schon so einen Riesenschwung, weil ich mich selber mit der Sniper so angefeuert habe. Nein, da fall' ich nicht rein. Hehehe, dann kannst du aber versuchen. Ich will's haben! Wow! Oh ja, ein Riesen-Accurator, das wird so lustig! Dann hab' ich dich gerade selber umlegt. Komm, treff ihn doch! Oh Gott! Hast du deinen eigenen Spiel weggehauen damit. Mal sehen, wer da drin jetzt krepiert. Kai hat'n Punkt! Das ist da sogar der Zweiter! Hauptsache, ich werd' den da los! Bin ich immer die größere Gefahr für dich? Der Leib und Leben? Ich will nur nicht, dass du einen Punkt hast! Nein, Kai darf jetzt einmal groß sein! Er war noch nie groß! Doch, aber ich war... Doch, war er! Hilf mir! Hilf mir! Hilfe! Nö! Nö! Luca, wir sind ein Team! Er hat den... Er hat keinen Schild mehr! Bumm! Gesnipet! Ja, und ich hab' mich irgendwie noch... Kai hat mich noch irgendwie umgebracht. Kai, ich hab' dir was rübergeschickt! Das Maschinengewehr ist kompletter Irrsinn! Nein! Ich hab' ihn noch erwischt! Hi! Hau ab! Er hat einen Sniper, pass auf! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Ich brauch' doch nur einen Punkt! Ich brauch' nur einen Punkt zum Win! Komm Kai, lass' dich abschießen! Ich will den Punkt! Hallee! Ja! Oh! Das hab' ich nicht gut gesehen! Hilfe! Da kommt ein Acclerator! Ist der hin? Oh, da! Ich hab' irgendwie mit dem Maschinengang so stark gegen gehalten, dass der nix gemacht hat! Nein! Ja! Win! Oh, doch nicht! Ich dachte, ich krieg's noch getimed! Karma! Da will man einmal funny sein! Oh Gott, da hüpft was rum! Geh' weg! Nein! Nein! Es hat ja noch keiner super Ding gehabt, also alles ist gut! Nein! Guck mal, mittlerweile kriegt nur noch Kai das Teil! Das war so knapp! Nein! Kai! Das wird dein Ende! Da ist die Shotgun gespawnt, während ich den Schild hatte! Ich wollte den Schild haben! Nein! Ich komme! Dann spawnt unter mir die Shotgun! Verdammt! Warte mal, ich muss erst den da snipen, damit er den Punkt nicht kriegt! Ich muss den da snipen! Er darf keinen Punkt kriegen! Oh, er hat sich da dumm gebracht! Okay! Ja, ich... Ja, ich kam hier nicht mehr raus! Ich kann mich 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 nicht mehr raus! Ich bin raus! Ich hab keinen Lust mehr! Bisher hab echt nur ich gewonnen! Ja, Leute! Das... Das passt! Mit dieser Folge! Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo hoffentlich vielleicht was andere als ich gewinnt! Weil... Wenn nur ich gewinnt, wird das ja auch langweilig! Ich bin schon Level 6, deswegen! Ich bin auch Level 6! Ich bin kurz vor 6 auch! Ciao, Leute! Ciao! Ciao! Ciao!